zusammen das immer wieder in der elton ring shadow of the earth 3 hier im gebiet der tüpfel immer abgenippelt aber ich habe mal ohne wieder kohl haben wir 108.000 da habe ich dann gesehen dass hier liegt noch lud langsam jetzt ist die frage wie kommen wir dahin haben erfährt nein was ist ich möchte noch mal drunter in ein fleisch ja da waren gegner und gleich klopft und klopft der auto ist aber was und die kommandor bringe das brauchst du nicht oder das ist doch dieses die made die gefrorenen aber doch hoch ja jetzt könnte man darüber was machst du sollst das nehmen und nicht einfach da rum um mensch so warte okay guck mal nicht vorbei möchte allerdings das zeig habe da eben du hast da noch mal da hinten liegt da ah je da guck mal haha ich wollte dich da hinten neu legen ähm warte mal einen moment wo war das jetzt ganz langsam mach mal okay dass wenn er explodiert er war und dann nicht hoch in der reihenfleisch auto liegt auch noch lud ja doch ich kann man schnick machen wollen du kannst rechts dinge da ist nicht was das soll naja was soll ich machen weiß ich halb das blitz blitzböhmische drauf sind jetzt der gern oder was schwerer gesprungener topf ist es jetzt so was können wir zwei herstellen was ist das haben wir noch ein rezeptor schwerer ofentopf ach so da brauchen wir messen was glut haben wir gar ne da ist da ist noch einer trink was kommt kein riesiger euge handbuch des großen herrschers nummer drei als konstant vielleicht hätte brauchst okay ich nicht sicher dass wir da dafür wären wir labyrinth ist es von oben und das von oberstedt oder von ohne ab und ober wäre vielleicht besser dann könnte man das vielleicht was mit auffangen doch lockt immerhin 75 die war wäre gesprungener topf okay ja das wäre jetzt erzählen kann man hier nicht keine gesprungenen tüpfel finde würde ich wenn es nur schwerer sind allerdings wäre man jetzt recht wenn wir wieder raus könnten du kannst sie oder dort ein oder andere geschwere gesprungener topf jetzt nicht so wild wenn man dann jetzt hier liegen lassen würde ich sagen man kann ja immer immer mal wieder her und was euch sammeln wäre wichtig dass man weiterkomme du musst dir erstmal herauskommen ja da ist mein steinchen dann geht es da raus draußen haben wir ohne gelegen so jetzt muss ich da mal aufpassen weil da war ja die kacke am dampfen so nochmal abstirbst abnippel stadt das wollen wir nicht da waren das jetzt so der docker manchmal so panzer faust warte mal ich machen wir noch ein paar und dann ach du wäre vorstopf ok dann haben wir aufrüsteln ich weiß zwar nicht ob das sowas bringt aber wir locken das mal her du kennst ja den pogel von der riva ja das will ich ja können gut springen wir können gut rennen ja ah er dreht rum he der leder oder geht er da rum ja so der wollte hat sich versteckt ich habe ein paar messer neu versteckt sich warte mal was halt schon du dazu oder gucken mal gucken mal was wissen mit dem war nicht schlecht das ist 152.000 ich glaube immer so irgendwo beim bus stehen oder was haben wir zusammen unsere rune dass wir noch mal aufsteigen könnten das wäre natürlich nicht schlecht da ist der nächste dann habe ich nämlich getragen gelang lauf dokument her auf lauf muss nur noch fünf meter er hat das stimmen was ist die mutter der rostkiste schlag drauf ja du kannst du kannst du das blöcke wer ist das nicht ob ich das blöcke kommen das ist der feldler nicht in der rücker ist jetzt hoffe ich dass da jetzt keiner mehr ist das ist aber ne Moment ich mach wieder was neu geht nicht da kann ich auch nicht mehr viel machen 5 Meter riskieren wir opa Aluna Drecksvieh Daruna Qualle ne oder gut oder noch einer da noch einer wo Stress macht ne ich glaub nicht aber ich weiß jetzt jetzt geht es ja eigentlich weiter irgendwo da liegt noch ein bisschen was von der Ramade von der tiefgefrorenen aha oha 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 oje mir schwand übles das war genau oh da brennt da brennt magische Fackel du kommst ja da nie mehr raus ne wenn es da nicht irgendeinen Weg gibt ach Boss hier voll ne Boss wieviel dränke haben wir fünf ist so eine Statue wenigstens irgendwo ne da ist er langsam streichelt ok ok langsam wer könnte das sein es wird ein überdimensionaler Topf sein mit vier Armen das wäre schlecht vier Arme wäre ganz schlecht ok dann wollen wir uns mal flammen halt flammen dann blutflammenklinge in zwei Hände und die Mimik bereithalten was kommt denn so guck mal da kommt was auch rein wo weiß denn das Wettmeister Fuzi ne Unse und das qualt man nicht Freunde kommt die Aussicht davon zur Baffe geht doch mal los Unse ist es und ich muss wohnen sie da zwei Faser bitte der hat drei wieso drei weil er Achtung geh weg oh Jos halbmenschenschwert Schwertkämpfer Jos gut dann wo bist du denn jetzt gut 283 können wir locker aufsteigen gut dann hätte man zur Not und das ist alles jetzt und nicht mal eine Truhe oder eine Kiste oder ein Fass oder irgend so was und sie war der größte Bonzi ja ne dann hätten wir vielleicht sogar eine Lege gebracht ha im Leben ne im Leben hättest du nicht eine Lege war doch die Runde hätte es gemacht was liegt ein Tor ja auch nun was das ist wir müssen auf jeden Fall ist wenn du da nochmal her willst dann musst du den ganzen Weg gehen ja da gehen wir rütteln rütteln wir an dem Tor geht nicht ok da wird es auch nicht gehen aber es sieht nicht so aus wie wenn da was versteckt wäre oder so versteckt die Wand oder so was bist du vielleicht und sehr nennen und sie ach so liegt nichts war nichts kriegt außer die die Asche wir müssen die Asche mal angucken kriegst Asche was das ist da Altmenschen Schwetgen bei Josch 129 FP ich habe so viel FP ich habe nur 121 Wetter Neuwäsche naja das konntest nicht sagen Josch unser ein meisterlicher Schwertkämpfer der sich dem Sternbild Schwert verschrieben hat erkannte dass am Ende der Prozession der Sterne nichts als Verderben wartete woraufhin er sich selbst wegsperrte um dies zu verhindern Josch ein Lehrling der seine Technik erlernte weigerte sich den Worten seines Meisters zu folgen und stand ihm während seiner selbst auferlegten Inhaftierung zur Seite Josch hat unsere unsere den Bonze ein seidig Stunde da musst du komplett durch ja ich geh doch nicht mehr was soll ich machen selbst du wenn was über seos was mädchen jetzt aber irgende loot oder sowas und egal müsstest jetzt du sind sowieso alle gegner wieder tun du könntest du nein nein nichts da wir gehen mal kurz aber du musst aber dann du komplett außen rum wieder wie war das jetzt war das gleich am Anfang das leucht feuer oder müssen wir erst noch ein Hindernis über winde ein absprung waage oder sowas oder fünf kilometer durch den tunnel laufen warte mal was ist denn dann schweige ich dann von hier auf ah ne guck das kerker von bellorat gleich mal gleich auf kommen oh segen des schattenreichs stufen aufstehen was ne man ja da genau bisschen was ist die hardcap 180 aber 126 das mensch wir kriegen nichts mehr zusammen geschick nichts ich kann nichts auswählen das einzige wert akkan energie oder wir gehen auf stärke halt dass wir das mit nehmen nee warte mal nein warte mal dass man tische nehmen können ok jetzt kannst du aber immer nur nehmen da braucht glaube ich 127 ja dann aber das nächste mal kann ich vielleicht nehmen ja du kriegst keine erohne mehr zusammen doch wir schaffen das irgendwann also jetzt nimmel an du spielst das jetzt noch einmal das dlc gehst du da nochmal an kaka von bellorat nee was soll ich denn machen luther scheiße luther warte so jetzt gehen wir auf die auf die zeit richtung süden südwesten südosten da da war man schattenreich ohne der einzel das sind immer die schatten menschen durch ihr spaziergang mund mund ja warte mal könnte man noch ein stück entlang reiten machen wir so kurze runde gut ich muss jetzt nicht jeden bild mit nehmen vielleicht ist da noch irgendwas interessantes und jetzt gehen wir mal in das see sieht nicht so aus ich denke dass wir nur strax nur strax an die brücke wieder kommen ja also und der see da der see zum beispiel der könnte so paar krabbe beherbergen größere vielleicht schatten krabben uns auch das ist tatsächlich ein drachen groß katana jetzt wird interessant das kannst nicht nehmen das geschick geschick 18 du hast gerade muss 16 das wird ja nichts nütz ja das stimmt aha eine einzig art war ja auch die sich ist für aggression über kopfhaltung eine fettigkeit bei der die klinge zu beginnen das brauche das ist was für katana listen das habe ich mal gedacht wer ist das der drache das ist ein finster drache oh ja oder oder was macht der schnee was von schnee muss erst gucken was macht hat der stürm vor ok weiter die attacke er sieht halt ein bisschen komisch aus nicht mehr was ich kann ich kann ach das ist frost oder dunkel 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 lasst dich gut gut umgehen ohje ohje freie der bobe ach komm her mach licht das, was sie ist. Kann ich da raus jetzt? Ah ja, warte mal, wo war denn das da? Große Brücke im Norden? Ach Gott, was ist denn das? Wie hieß die Flamme? Das ist der mächtige Drache. Ich brauche die Rune wieder. Und warum können wir jetzt nicht an der Figur wiederbelebt werden? Er lebt noch. Stellt sich tot, ja. Okay, Achtung. Mach ich nicht lang rum. Schneefleckchen rufen. Trinken. Dann. Neu mit. Achtung, er kommt her. Wo laufen die jetzt hier? Da sind noch alle. Ja, du hättest halt ein bisschen weiter weg gehen müssen. Ach Gott, ne. Ja, wenn die aber. Warte mal, ich wollte mich jetzt mal aus dem Konzept geboren. Warte mal, ich hol mal Ruhe. Geh mal hin zu dem Drecksfeeder und dem Dreckischen, ja. Jetzt ist die was? Die Blutflamme? Das klingt schon hin? Ne? Dann wird ein bisschen Wasser. Ach komm, Freunde. Ach komm, Freunde. Das gibt's da nicht. Du musst jetzt fähren. Oh je. Sieht nicht so gut aus, Freunde. Wenn er jetzt auch speist. Oh, guckst du dir ein Range? Das hat der alte nicht gehabt. Das hat der alte Drache nicht gehabt. Oh, am Stehen. Wie wird der Käse agil? Achtung. Oh je, Freunde. Das wird nichts. Boah, fuck you. Was ist denn das, was zeigt? Ach fuck you, du... Was lachen du im Wasser rum? Du holst den Lutz. Du sollst ja nicht angeln. So, jetzt machen wir das anders. Mach dir mal Licht, Mensch. Ich hol mir die Rune wieder und aus. Fertig. Da komm ich am Marsch lecker. Da komm ich zurück. Wo ist denn der jetzt? Wo sind die Rune überhaupt? So. Wann haben wir wollen, dass ich rumdrehe? Dreckstrache. Da überliegt Lutz, das holst du jetzt. Weiter geht's. Warte mal da. Da liegt doch was, oder nicht? Da warst du schon. Da waren wir schon. Ach so. Da liegt doch kein Lutz mehr. Gut. Gut. Ob das so Progress gibt jetzt? Weg nicht. Weg nicht. Das war... Da war Material unten. Die Hüttenstadt. Das ist nicht die Hüttenstadt. Das ist West End City. Aha. So, über die Brücke jetzt. Da kommt. Gibt es Stoff? Scheiss Drache da. Die Angeln raus und fangen da zu angeln. Das darfst du keinem erzählen. Jetzt müssen wir ja die ganzen Teppen auf der Brücke wieder machen. Ja gut, aber da kriegst du ein bisschen Progress. Ja. Große Brücke, der Elak. Das musst du dann merken. Ich schreib es mal später. Schreib es doch auf den Zettel. Willen. Alle vollgekritzelt. Dahinten liegt Lutz. Freunde. Weg. Arschloch. Wird gar nicht so. Ne? Mist. Du kannst doch. Man müsste mal mit Sprung angriffen. Wie ich meine. So, die Flügelfeder und Rüstung. Oder was? Freunde, hau ab jetzt. Ich hab die Nase voll. Die Flügelpeter Rüstung. Kennst du die noch? Oh, da. Pass auf. Langsam. Da ist ein Leuchtfeuer. Okay. Dann sind wir richtig. Da oben ist auch was. Oh Gott. Die Flammenmenschen haben sie wieder. Die Flammler. Die Zündler. Die Zündler aus der Hauptstadt. Die rennen da rum. Wo ist denn das Leuchtfeuer? Da vorne. Da ist auch der Statue von Marika. Auch das ist nichts Gutes. Verlorene Gnade jetzt. Ja. So. Achtung. Lock. Ja. Dann gucken wir uns da noch ein bisschen um. Weil momentan ist es das Einzige, dass man da mal ein bisschen Land sieht. Von da hinten kommt man noch hin. Da ist eine Karte. Das weißt du ja. Dann geht es da hinten in das Gebiet. Und dort geht es wahrscheinlich noch ein bisschen rauf. Ist da jemand drin? Verlassen. Irgendwas. Zum. Da ist noch keine Endekiste gefunden. Na. Das ist doch Hammer oder? Ich bin vielleicht schon noch 30 vorbeigerissen. Hä? Genau da. So. Da. Komisch oder? Sind denn die alle jetzt? Was? Mach da jetzt nichts kaputt, ne? Dass die. Dass da noch. Die Männer. Da wäre jemand da gewesen, ne? Oha. Das ruft langsam. Da unten wird es eng. Da unten geht es runter. Tatsächlich. Alles voll. Da. Da liegt noch eine Rose. Ja. Also ich würde sagen, bevor man da ist noch ein paar Schmetterlinge. Quatze Feuerfall da. Ja. Okay. Da geht es auch hin. Gucken wir mal. Kleine Mauser. Kleine Mauser. Kleine Mauser. Kleine Mauser. Krass, oder? Und jetzt? Ja. Wenn das so ruhig ist, so still und so. Dann kannst du dich auch drüber lassen, dass irgendwann das dicke Ende kommt. Leer, das Lager. Du bist ein Feuerhund. Oha. Hol sie. Es war knapp. Es war so knapp, das kann ich laut sagen. Da wollte ich gerade anlegen. Das ist zu, ne alles. So, guck mal, was ist denn das? Messen wirs Glut, aha. Brauchen wir, glaube ich, gell? Mit dem Ende Topf. Da liegt bestimmt noch mehr von der Messmasse herum. Oh, 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 oh. Na ja. Gleich eine neue. Noch eine, gleich eine auf den Latt. Oh, 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 oh. Was sind denn das? Alles mal, Junge. Langsam. Ich muss mich erst ein bisschen umschauen. Orientieren. Da ist das erste Zelt, wo was drin liegt. Und Buch des Feuerritas. Aha. So, Achtung. Inventar. Nein, 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 nein. Wo muss ich denn gucken? Da. Flüsselobjekte. Feuerspirale. Ah. Feuerspirale. Feuerspirale können wir da herstellen. Das ist doch das, wo, oder? Wo der, wo der, wo der so Feuerwürmischer. Da haben wir, oder, oder nicht. Warte, was. Du brauchst drei. Hauptsächlich in Skadu Altus. Ah. Skadu Altus. Unerhalb vom Altus-Platon. Oh je, oh je, Freunde. Den hab ich noch nicht gesehen. was ist denn das was schild wurde da und was ist denn das fein der zuschnitt mal angekratzt mein gott näher wohin wenn du das hättest da hätte immer drauf gewissen dann hätte das schildchen am arsch rausgeguckt ja das kann was ja achtung was ist da wieder 37000 ohne oje warte mal warte mal das glaubt mir nicht was ist denn das mit leuchtende was könnte das war ich gehe mal in die hocker da hat ich gesehen schon mal warte mal kannst du dich doch verstecken irgendwo an der guckt jetzt erst was das so könnte aber ein ding achtung da kommt schon der nächste land in die neue achtung okay wir haben ein paar dränge wieder zurückkriegt was ist das doch brennt das ist einfach nur so hat nichts zu bedeuten irgendwie grinsch hat neue gewisse ich könnte wenn jemand rufen ihr zur hilfe hilfe rufen hilfe rufen raus aus sender das ist gar nicht dass der eugang vernagelt oder das ist aber auch hoch tun guck ob ich irgendwo sind sind da mehr mal ein bisschen das sieht man besser wenn man außerhalb zum lager zu säumen und gucke ja also wenn ich ehrlich bin momentan geht es weiter freunde das ist also unbestritten da liegt was genau spielt und so ein speer was machen wir jetzt das ist jetzt auch halte gebrochene ruhe da liegt auch noch blut du hast ihn gesehen nein ich bin da noch keiner gewesen oder da du baum du gehen wir jetzt nicht hoch da waren wir davon ist unser leuchtfeuer und man raste bloß auf jetzt 11 drängen die alle wieder wieder beleben muss ja nicht sein so war halt was moment wo wer ist denn das jetzt da oben da wollen wir hier kennen wir nicht gut noch mal wieder mit und auch gut drei als einer ist schon schwierig wird das was schielt raus voll idiot achtung noch einer ich habe gesagt du sollst nicht locker ich habe gesagt du sollst nicht locker was waren das jetzt hätte auch nicht du musst den trompeter ausschalten ja ok machen wir nicht weit oder der erste trompeter dass der nicht die andere alarmiert die ruhe noch einsammelt du willst dass das nicht mal 70.000 du bist ist schon jede menge die 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 Geh doch mal aus dem Weg, ja. Der steht da vorne rum und hat den Finger am Arsch. So, Achtung. Gucken wir die da wieder da rüber. Hängen sie sich. Der da, der muss weg. Die sind rumgefuchtelt, ja. Ich glaube, das war mal kaputt. Bei mir hat das überhaupt nichts gebracht. Nimm das mit. Was war denn das? Ein Dolch? Ein echt oder ein falscher? Okay, okay, okay. Der Luli ist da. Freunde, was macht denn der da mit uns? Du musst zwei Flaschen nehmen, ja. Um die Flasche zu besiegen, ja. Warte, warte, warte. Was hat denn der da? Ein paar Urgewohnheiten. Ein milder Tritt. Milder Tritt, was soll denn das sein? Warte mal einen Moment. Nicht, dass da noch einer kommt. Da ist ja auch noch einer. Was machen die hier eigentlich da? Deppe da. Deppe die. Ach gut, dann will das auch. Willst du ein paar aufs Maul, oder was? So. Oh, das ist, wie sind alle gepackt? Das ist dieser Tritt, dieser blabaren Stampfer, oder was das ist? Ähnlich hieß das, glaube ich. 100.000. 611, krass, oder? Die brauchen wir insgesamt. So, guck mal da. Ach so, du musst da gucken. 186.000, also noch 86.000 in etwa. Das schaffen wir. Ja, wir machen da clean, wir machen da alles clean, oder? Du weißt, nicht drum herum kann man das eh mal wenigstens so alles zusammen schlägst. Grund und Boden neu wischt. Da ist eine Truhe. Die erste Truhe. Wow. Halt. Guck neu. Steht da einer, oder ist das jetzt nur... Ne, das haben sie nur ihr Werkzeug hingestellt. Die erste Truhe. Feuerfunken. Ja, klasse. Scheint, da war nix drin zu sein, ja. Geht schon wieder. Moment, da wollte ich auch noch ein Weg. Geht's denn so hier? Oh, nun. Aber ich würde es auch freuen, wenn wir mal einen Cut machen. Da läuft der ja da rum. Da läuft der hin und da her, oder was? Oder sollen wir jetzt noch einmal... Wie viel habe ich denn insgesamt? Fast 40 Minuten wieder. Oje, oje, Mensch. Lebert sich zusammen, ne? Ja, ich weiß, aber... Soll ich ihn machen? Wenn du jetzt abnibbelst... Das ist doch auch so einer mit dem Ding. Du hast gerade den Feuerstück drin, ja? Achtung, der Anna kommt gleich. Und ne, ne? Ein Rotzleppel. Messen wir Soldaten. Das war ein Mess, ne? Einer von Reinholds. Oh, hänger. Ne, ne, ne? Ne, ne? Ne, ne? Da geht auch noch dazu. Ja, wie sieht's denn aus mit dem Leuchtfeuer? Und ich vergesse... Es ist das Leuchtfeuer da oben und alles andere ist Schwachsinn. Da lassen die dich nicht noch mal ein Leuchtfeuer aufmachen. Ah, da kenne die nix bei Formsoftware. Okay, Freunde, da mache ich hier einen Cut. Da steige ich aus, okay? Mit dem traumhaften Panorama. Und am nächsten Mal machen wir weiter, okay? Okay, dann macht's ihr. Bis dann, ne? Bis dann, ne? Bis dann, ne?